Was ist denn jetzt? Nutzen wir jetzt die Campen oder nicht? Nein. Ja, wenn wir fertig sind. Keine Ahnung, anscheinend ja schon. Also ich finde, wenn man auf die Camp schaut, ist mal okay, aber man sollte jetzt da nicht campen. Irgendwie, es ist halt, also es ist halt ein Doss. Nochmal. Geni, wie hast du das nicht gesehen? Ja, ich war in Mission. Ja, man, du siehst da unten, legst du ein Bild dran, oder? Nee, ich hab's nicht gesehen. Boah, das Timing war so insane für Parry, man. Oh, nee, dein Haar, Alter. Ja, sag ich ja, irgendwas. Oh, nee. Oh, nee. Sayu ich mal. stationed��issen Orgel Bu pry From Sum una Pan Kan Bi Du Wo war der Buddy? Ähm, Peric ist schon länger tot. Ich habe nämlich im Office auf dem PC geguckt. Und da war er schon tot. Und dann bin ich ihn suchen gegangen. Und ich dachte, er ist im Labor. Deswegen bin ich direkt ins Labor. Mit René und... Also du hast die Leiche erstmal liegen lassen und auch nicht direkt im Emergency-Stand. Nein, ich war im... Also es gibt im Office einen Computer. Im Office gibt es einen Computer, da kannst du sehen, wer noch am Leben ist. Und da habe ich draufklickt und habe schon gesehen, oh Peric ist tot. Und dann bin ich ihn suchen gegangen. Und dann war er im Labor. Im Labor. Wo ist denn dieser Computer, wo man das sehen kann? Das ist schon mal nicht Anthony. Anthony kam nämlich von der genau anderen Seite. Und Aorik... Weiß ich nicht. Der ist ganz schön komisch. Der rennt immer nur so rum und versucht, glaube ich, jemanden heimlich umzubringen, die kleine Drecksau. Natürlich, das macht Aorik immer. Ich war links oben bei den Wires und bin dann runtergelaufen. Und dann wurde Peric reported. Wenn Claire dich beschuldigt, wirst du da nichts drauf geben. Also ich habe irgendwelche Wires gemacht und mich da durchgefummelt. Hä? Wann hast du die Wires gemacht? Wann hast du die Wires gemacht? Da musst du auch an demselben, an demselben Wire-Ding warst du da auch. Das war mein Wire-Task. Mhm. Wo warst du? Vielleicht war da einfach noch viel Cooldown. Der einzige, warum Anthony noch lebt, ist dank des Cooldowns. Letztes Mal hat mich Peric auch nicht gesehen, wo ich hier mit drinne stand, warum auch immer. Cooldown, Schmuldown, sag ich immer. Hey Kel, warst du schon lange im Labor? Nee, ich bin da gerade hingelaufen. Also die Einzigen, die da in der Nähe waren, waren Aorik und Claire. Hä? Wo war die Leiche denn? Oben rechts, oben links? Oben rechts. Da war ich nicht. Ja, da war ich nicht. Junge, ich hab dich da gesehen. Da war ich nicht. Du bist einfach draußen. Aber Aorik, du hast gesagt, du warst nicht. Und dann bist du da unten gelaufen? Das ist nämlich Bullshit. Oben links ist doch dieses Emergency-Ding, oder nicht? Wo man sagt, oh fuck, Hand drauf. Ja, das ist richtig. Aber Aorik war zuerst bei mir am rechten Teil. Ja, aber wenn oben links die Leiche ist, und Anthony und Aorik waren beide da oben und haben keinen Emergency-Statt ausgerufen. Ja, weil ich habe keine Leiche gesehen. Da war auch keine Leiche von dir dabei. Oben rechts war ich erst recht. Ich bin dieses andere nicht oben rechts gewesen. Guck mal, rechts oben war Kel. Ich bin da nicht hingegangen, weil du die Task gemacht hast und ich links geschaut habe. Direkt, aber du bist aus dem Baum gekommen. Ja, da ist er dann zwischendurch im Handeln. Der vorliegt vor Aorik, der Typ. Guck mal, er ist so hart verdächtig. Ich guck mal, ich seh den dummen Na... Warum sollen wir zu zweit zum selben Ding gehen? Weil der Lust ist. Laut aus der Lange ist, nicht einfach die Leiche. Aber hier wird der Fall von. Ich bin der Fall von dir. Und dann wird der Fall von dir. Ich bin der Fall von dir. Ich bin der Fall von dir. Ich 어때, ich bin der Fall von dir. Ich bin der Fall von dir. Okay. Okay. Man, ich war gerade bei meiner letzten Quest. Aha! Ich habe auch noch eine. What? What the fuck? Wer wurde denn jetzt gefunden? Also, Kani und ich waren im Labor. Und Anthony war auch im Labor. Anthony war still im Labor. Ich war links oben beim Reaktor und habe den aktiviert. Ich war links oben bei dem Elektrik. Ich war mit Kerl oben beim Elektrik. Technics, warum entbültest du dich nicht? Sorry, ich habe es vercheckt. Ich war links oben mit Kerl zuletzt eigentlich noch. Deswegen wundere ich mich jetzt, dass sie dead ist. Die ist nach unten zum Baum gelaufen, actually. Du wunderst dich? Ich glaube, es ist Technics. Den habe ich nämlich nicht gesehen beim Reaktor oben links. Ja gut, ich bin halt nicht mit hochgerannt. Technics, Technics. Hast du schon deinen Kartenswipe die Runde gemacht? Nee. Es sind noch zwei, ne? Ich möchte nur mal sagen, es sind noch zwei Imposter. Also du hast deinen Kartenswipe noch nicht gemacht. Nein, habe ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den habe. Der war gerade die ganze Runde nicht zu sehen. Ihr wart eben zusammen. Alter, halt dein Maul. Es ist auf jeden Fall Technics. Guck mal. Er war links oben im Reaktor. Ich war links oben alleine. Hab das aktiviert. Wer war rechts? War nicht Technics, oder? Nein. Weiß ich nicht. Hab ich doch auch schon gesagt, dass ich da nicht war. Kel, Klör und René waren alle links, oder? Anton. Kel war auf jeden Fall links. Das weiß ich nicht. Anton, hast du deinen Kartenswipe? René war rechts. Mit dem war ich eben noch Tars am erledigen im Labor. Rechts, wo du diese Reagenzgläser aktivieren musst. Da war René noch zuletzt. Und dann ist dieses Teil wieder tadellos gegangen, oder? Genau. Dann bin ich nämlich links oben zum Reaktor gegangen. Und hab den aktiviert. Und rechts war auch einer. Wer hat rechts deaktiviert? Ich und Kani waren rechts. Ja. Anton, hast du schon geswiped? Ich bin an den beiden vorbeigelaufen und bin jetzt an dem Dekontaminationsraum. Oh, ich habe das Wort gelernt. Nach unten gelaufen. Bin gerade an der Kiste. Also ich muss nur noch eine Task machen. Das ist die Task mit dem Reagenzglas abholen. Ich muss auch nur noch eine machen. Unten rechts im Labor. Das wird nichts. Aber Anton, hast du geswiped oder nicht? Wir müssen jetzt einen rauswerfen. Komm mal, Technics ist so verpflichtig. Warte hell. Hör doch jetzt auf zu wettern, Alter. Das bringt doch nichts. Ich würde sagen, es ist Technics. Der war einfach in der Nähe von Kels. Ja, ich war in der Nähe von Kels. Worte mich nicht. Es macht keinen Sinn. Es ist falsch. Da haben wir verloren. Komm, ich weiß es doch nicht, Mann. Hä? Was los kann ich? Das muss vor einem realistically sein. Das kann man nichts. Es ist richtig. Das ist richtig. Ich konnte nicht. Ich bin nichts. Aber ich habe mich nicht. Ich bin nichts. Die Maske. Starting mal hier. Die Maske. Die Maske. Es war so obviensvoll. Ich hab's doch gesagt. Es war so obviens. Doch, wir hatten den Beweis, aber ich konnte nicht mehr reden. Wir hatten den Beweis mit der Karte. Ich fand unser Streit sehr süß Technik. Das Ding ist halt, wir kommen nicht so schnell auf einen Nenner. Aber wir können ja natürlich alle voten, ja okay. Aber wenn wir jetzt einfach random sagen Techniks... Ich wollte es sagen. Techniks sagen, vor 10 Sekunden war ich noch bei Cal. Ja, das hab ich nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt, ich war vor 10 Sekunden. Ja, du hast gesagt, du warst vor kurzem bei ihr. Ja, das stimmt. Technik sagt, er hat gar nicht die Kartenmischen. Nein, ich hab gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Kartenmischen hab. Ich hab noch nicht gehört. Ich werd mir das aber auch nicht. Wenn die eine hat, haben die alle. Ja, ist doch gut. Alter, warum habt ihr da Techniks nicht rausgevortet, oder? Und Aorik war viel mehr. Ich hab vorher gegen Aorik geshootet und dann waren wir beide tot. So, yo! Ja, Alter, ich sag's noch, es ist Aorik und Techniks. Welche Wort, ob du sagst, ist Aorik? Ich war grad so enttäuscht, dass er nicht votet. Mutz! 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 하시는 Probably ein bisschen? Nein, Login! Tja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020